Hallo und herzlich willkommen meine Ladies and Gentle Nerds zu diesem Video. Heute möchte ich euch so ein bisschen zeigen, wie ich eigentlich streame, beziehungsweise wie mein Streaming Setup aussieht, beziehungsweise in Zukunft aussehen wird. Aktuell habe ich den ein oder anderen Stream sowohl auf YouTube als auch auf Twitch mit meiner AOK Webcam gemacht. Ist die AOK 2K, ich verlinke es euch gerne trotzdem nochmal unten in der Videobeschreibung. Aktuell leider irgendwie immer überall ausverkauft. Ich hoffe AOK produziert da mal irgendwann nach oder ich finde gegebenenfalls ein anderes Modell, was ähnlich gut ist. Dann werde ich euch anstelle von dieser AOK Webcam diese andere eben unten verlinken. Was mich an dieser Webcam eben so begeistert hat, war, das Ding hat unter 40 Euro gekostet, hat eine 2K Auflösung, eine super geile Dynamik und man hat eben die Möglichkeit gehabt, den Fokus manuell einzustellen, einfach direkt vorne an der Linse, zack, zack, Schärfe hier, Schärfe weiter hinten. Aber ich habe quasi immer Schärfe hier, Bokeh hinten, Hintergrund ein bisschen unscharf. Und halt eben die Farben, die fand ich halt sehr, 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 sehr gut. Also wenn ich hier auch mal so ein bisschen Hintergrundbeleuchtung, ihr seht es ja, ich habe hier so ein bisschen LED-Blaues Licht, hier ist so ein bisschen rotes LED-Licht und so weiter. Das kam im Stream immer durch diese Webcam schon sehr, sehr, sehr gut rüber. Für 40 Euro, wenn man das, ne. Oder ich habe halt auch andere Webcams schon da gehabt, die 120 Euro, 150 Euro gekostet haben und eben nicht mit dieser 40 Euro Webcam vom Bild her meiner Meinung nach mithalten konnten. Genau, das möchte ich erstmal dazu sagen. Das heißt, es ist nicht zwangsläufig notwendig, sich so ein teures Setup hier zum Streamen zu holen. Es geht auch für weniger Geld, wie gesagt, mit dieser OK Webcam und eben entsprechend ein Mikrofon. Und beim Mikrofon, viele Streamer haben ja, ich habe hier auch das rote NT1A zum Beispiel oder hier ein anderes Kondensatormikrofon, habe ich zwei Stück da oben hängen. Die verwende ich gar nicht mehr zum Streamen, sondern das ist lediglich das zweite Mikrofon, was ich eben quasi am Hauptrechner dann dafür verwende, wenn ich mit anderen Leuten noch im Discord bin. Das heißt, ich habe dann ein Mikrofon, was die Leute im Stream hören und das andere Mikrofon hören dann die Leute im Discord. Die haben nicht das gleiche Mikrofon. Hat einfach den Hintergrund, weil ich das Hauptmikrofon zum Streamen am Streaming-Rechner habe und dass ich nicht mit meinem Streaming-Rechner auch dann die anderen Sachen mache, so wie Zocken oder irgendwie Surfen etc. pp. Das mache ich an einem separaten Rechner und übertrage den Bildschirm intern hier im Netzwerk per NDI-Plugin. Aber dazu könnt ihr euch vielleicht mal ein separates Video angucken, wie das mit dieser NDI-Geschichte funktioniert. Heute soll es wie gesagt um das reine Streaming-Equipment gehen, was ich halt hier verwende. Und da seht ihr hier auch schon so ein paar Sachen. Hier ist wirklich so ein ganz billiges, günstiges China-Stativ. Da könnt ihr prinzipiell jedes Stativ nehmen, was ihr irgendwo online findet, was so halbwegs den Job halt einfach erfüllt. So, weil was soll ein Stativ machen? Irgendwo kommt eine Kamera drauf, irgendwo kann ich das Ding halbwegs safe hinstellen und dann soll das einfach die Kamera an Ort und Stelle halten und in meine Richtung gerichtet halten. Möglichst so, dass es halt nicht rumwackelt. Und ich meine, ja, das ist jetzt so ein kleines Aluminium-Gedönse hier. Ja, hier TF-3110, made in China, keine Ahnung. Es ist das absolute, was hat das gekostet, vielleicht 10 Euro, 15 Euro. Ich glaube, 15 Euro wäre schon gut bezahlt hierfür auf jeden Fall. Es ist ein Billig-Stativ, es reicht aber vollkommen aus. Und ich sage euch ganz ehrlich, so wie es ist, mein 4000-Euro-Kamera-Setup, was hier vor mir steht, was mich gerade filmt, steht auch auf einem Alpha 2500, keine Ahnung. Das ist ein Stativ, lass 30 Euro kosten. Das ist kein Videostativ oder sonst was, es erfüllt seit Jahren den Job. Ich bin, wie gesagt, auch gelernter Mediengestalter und ich habe eigentlich noch nie irgendwelche professionellen Videostative verwendet, außer damals in den Werbeagenturen, wo ich gearbeitet habe. Genau, aber weil mir die OK-Webcam halt eben nicht mehr ausreicht, weil ich halt auch manchmal im Stream irgendein Produkt in die Kamera halten möchte oder irgendwie kurz mein Handy zeigen will und dann ist es halt ein anderer Fokus und ich will da nicht umstellen müssen oder sonst was. Und halt auch qualitativ hat man eben mit so einer Kamera hier nochmal mehr Qualität einfach. Ich habe auch schon hier mit der Sony Alpha 7 III gefilmt, aber ich möchte nicht jedes Mal mein Hauptkamera-Setup nach hier hin, wo meine Monitore stehen, umverlagern, weil dort sitze ich normalerweise, wenn ich streame. Ich sitze ja nicht hier, wenn ich streame. Und dementsprechend habe ich mir halt eben hier die Sony Alpha 5100 besorgt. Machen wir das Ding auch mal auf. Ich habe das gerade im TechPack Opening aus der Verpackung geholt und jetzt mache ich hier für euch das Unboxing. Ich habe mir das Ding neu gekauft. Ihr könnt aber auch mal auf E-Bag gucken, das kriegt man vielleicht auch gebraucht hier und da mal. Da muss man halt einfach eben schauen, dass es dann, dass halt, dass es in gutem Zustand ist etc. pp. So, ich hole hier mal einfach alles raus. Gut, hier ist schon mal ein Kabel, was ich nicht brauchen werde. Hier haben wir so einen Stecker. Hier ist noch so irgendein USB-Kabel. Mit dem Ding kann ich schon eher was anfangen. Gut, hier die Akkus werde ich wahrscheinlich auch gar nicht verwenden, die hier mit dabei sind. Hier ist das Ladegerät und hier ist der Akku. Das werde ich wahrscheinlich gar nicht verwenden, deswegen lasse ich das eigentlich alles direkt hier drin. Ich weiß nicht, ob ich das USB-Kabel vielleicht brauche. Aber hier haben wir den Body. Also nicht nur den Body, sondern die Kamera. Weil das Objektiv ist hier glaube ich sogar schon direkt dran, oder? Ja, Objektiv ist direkt dran. Und hier unten haben wir dann wahrscheinlich noch irgendwie so Beschreibungs... Andi, das war hier oben drauf. Okay, brauche ich aber nicht, weil ich weiß, wie so Kameras funktionieren. Da brauche ich keine Beschreibung für. Weil das bleibt hier alles tatsächlich drin. Wenn ich die Kamera irgendwann mal wieder verkaufen sollte, ist das natürlich sehr, sehr, sehr positiv. Weil der Akku halt einfach dann noch nie verwendet wurde. Nur die Kamera selbst. Die Kamera hat ein paar Merkmale, die ich persönlich als Streamer halt auch sehr gut finde. Den ersten zeige ich euch direkt. Ja, ich kann hier den Display so komplett nach oben klappen, dass ich mich einfach selbst auch sehen kann. Dann habt ihr hier das Objektiv. Und könnt halt hier auch ein bisschen reinzoomen, rauszoomen, etc. Na, warte, wie ging das nochmal? Achso, ach, das geht nur, ich glaube, das geht nur, wenn die Kamera an ist, okay? Ich glaube, das geht nämlich nur, wenn die Kamera an ist. Das geht so gar nicht. Aber dann könnt ihr auch hier mit zoomen auf jeden Fall. Und habt hier unten Stativaufnahme drauf. Hier unten kommt der Akku rein. Ja, das quasi so viel dazu. Und das Ganze wird dann betrieben. Für den Stream natürlich logisch. Hier mit so einem Battery-Dummy. Das heißt, ihr baut nicht den Original-Akku, also den normalen Akku rein. Sondern ihr habt hier so einen Battery-Dummy. Der kommt hier unten rein, statt dem normalen Akku. Verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung, dass ihr auch da die richtigen Sachen habt. Wenn ihr genau das gleiche haben wollt, was ich jetzt hier habe. Hier muss man immer nur gucken. Genau, hier gibt es nämlich so einen Gummipönöpel, den man rausnehmen kann. Wo man dann das Kabel hier unten aus der Kamera rausführen lassen kann. Das muss man halt immer richtig haben. So. Block. Zack. Ist das Ding wieder zu. Und jetzt habt ihr hier quasi eure Kamera mit einem Kabel dran. Das Kabel wiederum kommt dann... Ich mache das hier einfach mal alles komplett auf. Ich habe hier vorne ja so eine Steckdosenleiste. So. Das Kabel kommt dann hier so rein. Also das ist in so ein Netzteil einfach. Und das Netzteil selbst. Hier kommt dann auch noch so ein Kabel dran. Und dann kann man das hier in die Steckdose reinstecken. Zack. Und dann wird die Kamera an einem Kabel direkt mit Strom betrieben. Ich kann die jetzt hier mal ganz kurz anmachen. Damit ihr das auch seht. Dass das hier funktioniert. Ihr seht. Ist jetzt hier direkt rausgefahren. Die Kamera ist jetzt an. Und ich kann jetzt hier wirklich einfach... Ja. Zoomen. Gut. Zoomen funktioniert jetzt noch nicht. Okay. Also er will jetzt hier erstmal... Area. Okay. Ich muss jetzt hier erstmal einstellen. Okay. Okay. Ich habe jetzt hier einfach mal auf Movie geklickt. und dann seht ihr hier auch schon... Man kann sich da einfach selber sehen. Und das ist prinzipiell schon mal eine ziemlich geile Sache. Autofokus. Der funktioniert auch on point. Ich kann jetzt hier auch schön dran drehen. Kann hier quasi damit zoomen. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also ich kann hier rauszoomen, ranzoomen, wie ich halt eben will. Das ist halt für den Stream sehr, sehr, sehr geil. Und ich kann mich hier oben im Display einfach selber sehen. Ja. Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen sehen, wenn ich jetzt hier das euch mal so hinhalte. Seht ihr, was ich meine? Also der Zoom funktioniert hier auf jeden Fall einwandfrei. Ich habe eine Stativaufnahme drauf. Alles, was ich brauche. Mehr brauche ich hier tatsächlich an dieser Stelle nicht. Und dann habe ich halt hier zwei verschiedene Sachen einfach mal da. Hier habe ich einmal einen Elgato Cam Link und hier eine Elgato HD60. Das ist eigentlich veraltete Hardware. Aber dadurch, dass ich sowieso meistens nur in Full HD streame, reicht mir das hier vollkommen aus. Es gibt hier diesen Elgato Cam Link auch noch als 4K Variante. Ich weiß, oder ist das vielleicht die 4K Variante? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Denn ich habe mir damals einen Elgato Greenscreen bestellt. Der stand früher hier hinten. Ich habe den auch öfter mal im Stream verwendet. Mittlerweile steht der oben bei meiner Frau, weil die den öfter nutzt als ich. Da war aber damals hier dieser Elgato Cam Link einfach dabei. Und seitdem war der noch nie in Benutzung. Hier habe ich die Elgato HD60. Die habe ich schon oft, oft, oft benutzt. Sowohl für Playstation zum Streamen, als auch einen Raspberry Pi habe ich mal hier dran angeschlossen. Wo ich dann Retro Pi drüber laufen hatte, um dann so Oldschool Spiele wie Pokémon etc. PP zu streamen oder für Nintendo Switch und, und, und. Also für verschiedene Sachen habe ich das jetzt hier schon genutzt. Und das kann man eben auch in Verbindung hier mit dieser Kamera verwenden. Und da will ich jetzt einfach mal gucken, funktioniert der Cam Link hier ganz gut? Oder muss ich halt eben doch das Ding benutzen? Ja, da schaue ich einfach mal. Ich sage mal, wenn ich die, wenn ich die Capture Card hier nutzen muss, dann werde ich mir wahrscheinlich irgendwann nochmal so eine hier besorgen. Um nicht nur, dass sie halt nicht immer für die Kamera geblockt ist sozusagen, sondern dass ich noch eine weitere habe, um halt auch meine Spielekonsolen und sowas mal anzuschließen. Und da reicht mir eine. Und dann habe ich einfach einen HDMI Splitter oder einen Switch, wo ich dann sagen kann, okay, jetzt auf die Playstation, jetzt auf die Switch oder jetzt auf den Retro-Pi zum Beispiel. Das kann man ja so machen. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch noch alles in der Videobeschreibung, die, die ich jetzt hier selber nutze. Ich verlinke euch aber trotzdem auch nochmal die 4K-Variante davon, weil, ja, gerade bei Playstation möchte man vielleicht auch mal das Ganze in 4K im Streaming-Rechner dann drin haben. Mikrofon und das ist halt das, habe ich gesagt, viele Leute nutzen hier so ein Kondensator-Mikrofon und so. Und die sind auch von der Qualität her sehr, sehr, sehr gut. Ich habe es ja halt auch gesagt, viele nutzen das, bei mir ist es ein Zweit-Mikrofon nur für die Leute in Discord etc. Mein Hauptmikrofon ist das Boya BY-M1, was ich auch jetzt gerade nutze, um dieses Video für euch aufzunehmen. Das heißt, diese Tonqualität, die ich jetzt hier für das Video habe, exakt dieselbe Tonqualität, habe ich bei mir in meinen Streams. Und ich habe hier mal, ich habe mehrere von denen tatsächlich hier. Ich habe die mir auf Lager gekauft und das ist halt das Schöne bei so günstigen Mikrofonen. Da kann man das einfach mal machen, weil die kosten ein Appel und ein Ei. 20 Euro kostet so ein Mikrofon. Da hat man hier in der Mitte so ein Haupt, so ein dickes Ding, sage ich mal. Da ist eine kleine Knopfzellen-Batterie drin. Auch die habe ich hier auf Lager, habe ich immer ein paar mehr da rumliegen. Hier LR44 steht da drauf. Genau, LR44. Weil das sozusagen die Phantomspeisung dieses Mikrofons ist. Es ist ein Lavalier-Mikrofon mit Kugelcharakteristik. Ich sehe den sehr, sehr, sehr großen Vorteil in diesen Mikrofonen einfach, dass es direkt hier am Brustkorb sitzt. Das heißt, die Vibration des Brustkorbs kommt mit in die Tonspur mit rein und somit ist die Stimme einfach ein bisschen bassiger, ein bisschen runder, fülliger, satter. Klingt einfach, finde ich, sogar besser als hier mit meinem Kondensatormikrofon. Deswegen nutze ich eigentlich für alles nur noch dieses Mikrofon. Ich bin wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Fan davon und ich bin auch 0% von Boja gesponsert oder bezahlt oder sonst irgendwas. Ich meine, hier unten steht zwar wieder Dauerwerbesendung, aber das ist nur deswegen, weil ich halt hier eben euch Produkte vorstelle. Ich habe alles davon selber gekauft. Ich habe hier die Elgato-Geschichten selber gekauft, ich habe die Kamera selber gekauft, ich habe das Stativ selber gekauft, Mikrofon selber gekauft, diese Kabelgeschichte selber gekauft und auch dieses Kabel habe ich selber gekauft. Deswegen, nur dass ihr da an der Stelle Bescheid wisst, ich bin einfach überzeugt und ich habe auch schon diese Rode-Mic, Love-Mic oder Lavalier-Mic von Rode, also ich bin von Rode auch überzeugt. Rode mag ich, ich habe ja das Rode NT1A, hat mir lange Jahre sehr, sehr, sehr gute Dienste geleistet, aber ich sage einfach, hiermit bin ich persönlich viel, viel, viel besser beraten, weil das kostet einfach nur 20 Euro. Ich habe 5 Meter Kabellänge mit dabei, also das Ding hat ein... Hier, ich habe hier einen richtigen Kabelsalat in meiner Tasche. Hier, guckt euch das an. Das ist einfach riesen, riesen viel Kabel mit dabei und das ist schon echt krass, finde ich, weil man dadurch halt auch die... Also ich habe ein Mikrofon hier und ein Mikrofon ist dauerhaft hier vorne an meinem Streaming-Rechner angeschlossen, wodurch ich dann die... Ja, das brauche ich mir quasi einfach nur hinter dem Monitor zu nehmen, dann klippe ich mir das an und dann kann ich den Stream starten. Zack, so einfach läuft das und so einfach möchte ich das auch haben, weil wenn ich streamen möchte, möchte ich nicht nur groß erst einen Aufbau vorher machen, sondern zack, zack, loslegen, live gehen. So, so will ich streamen, ja. Und deswegen hier, wie gesagt, auch diesen zweiten Streaming-Aufbau, dass ich nicht hier die Hauptkamera jedes Mal da hinten hinstellen muss. So, und dann braucht man natürlich noch, um das Bild von der Kamera in den Rechner zu bekommen, natürlich hier, wie gesagt, entweder die HD60 Capture Card oder hier den Cam Link. Ich werde es heute mal als erstes mit dem Cam Link probieren. Ich habe den noch nie verwendet, noch nie probiert, keine Ahnung, weil ich, wie gesagt, der ist seit einem Jahr hier bei mir in der Schublade. Und dann gibt es hier so ein Micro HDMI, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich verlinke euch das richtige Kabel auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ich fand es, es gibt es bestimmt auch in schwarz, weiß oder anderen Farben, ich fand es in rot halt geil. So habe ich es auch hier bei meinem Hauptkamera-Setup verwendet. Deswegen, ja, das kommt dann einfach hier rein. Dann hat man auf der einen Seite dieses, auf der anderen Seite hat man normales HDMI. Dann hier das normale HDMI kommt in diesen Cam Link rein, weil dieser Cam Link sieht aus wie ein USB-Stick, hat aber hier auf der einen Seite HDMI und auf der anderen Seite USB 3.0. Und es ist, würde ich mal behaupten, auch wichtig, das an einem USB 3.0-Port anzuschließen, weil da, glaube ich, ganz schöne Datenmengen drüber gepusht werden. Glaube ich einfach. Ähm, genau. Und dementsprechend, äh, ja, schließe ich das Ganze jetzt einfach mal, weil, wie gesagt, Strom hat die Kamera, Cam Link ist angeschlossen und ich schließe das Ganze jetzt einfach mal an meinem Streaming-Rechner an und, äh, dann sehen wir uns gleich am Streaming-Rechner wieder. So, da sind wir auch schon im Streaming-Setup. Ich habe das Ganze jetzt, äh, übrigens mit der, äh, HD60 Capture Card gemacht und nicht mit dem Cam Link, ähm, denn der Cam Link, äh, ja, mein, mein, mein Rechner braucht schon, mein Streaming-Rechner braucht schon zu viel Strom über diese ganzen USB-Geschichten. Ich denke mal, da wird es demnächst nochmal ein kleines Upgrade geben von meinem Streaming-Rechner. Ähm, und, äh, ja, mit, vielleicht muss ich da auch nochmal mit den USB 3.0-Ports da gucken. Ähm, aber wahrscheinlich, ihr könnt es, bei euch könnte es wahrscheinlich mit dem, äh, Elgato Cam Link genauso funktionieren. Da gibt es auch ganz viele Videos auf YouTube, wo das damit funktioniert. Ich habe es jetzt, wie gesagt, mit der HD60 umgesetzt. Und das Bild, was ihr jetzt gerade seht, ist im Übrigen nicht das Bild von der Sony Alpha 5100. Das ist jetzt aktuell das Bild, was ihr vorher in meinen Streams immer so gesehen habt. Die Qualität, äh, ihr seht, da ist auch noch irgendwo, äh, hier der Chat, äh, da ist halt aktuell nicht viel los, weil ich nur eine Videoaufnahme mache gerade. Aber das ist hier die Videoqualität der AOK, ähm, Webcam für knapp 40 Euro. Ähm, und jetzt schalte ich einfach mal jetzt hier live auf die, äh, Sony Alpha 5100 um. Äh, und dann könnt ihr mal direkt den qualitativen Unterschied sehen. Ich habe etwa den gleichen Bildausschnitt gewählt und zack. Das ist die Sony Alpha 5100. So, und da haben wir doch schon mal einen qualitativen Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Also wie gesagt, vorher so, nachher so. Ja? Das ist natürlich ein ziemlich krasser Unterschied. Ihr seht direkt, wie der, wie der, ähm, Hintergrund unscharf wird. Ähm, man hat natürlich, das, das will ich jetzt nicht, äh, äh, das möchte ich gerne auch noch erwähnen. Man hat einen großen Nachteil und zwar, ähm, ihr müsst quasi die Synchronität, also ihr müsst quasi gucken, dass eure Einstellung, dass das alles synchron ist. Weil, ähm, man hat einen kleinen Delay dadurch, dass es jetzt über HDMI in den Rechner etc. pp. Man muss quasi dann schauen, dass man das Mikrofon, ähm, verspätet. Also das sozusagen, äh, weil ansonsten wären ja die Lippenbewegungen von dem, was ich sage, nicht synchron mit dem Bild. Weil das, weil quasi ihr erst den Ton hören würdet und später kommt dann erst das Bild hinzu. Ähm, und deswegen muss man sozusagen den Ton etwas, äh, nach hinten verschieben. Also dass der Ton später kommt, damit er genau passend mit der Kamera ist, ne. Das ist aber kein Problem, das ist eine kleine Einstellung einfach in, äh, Streamlabs OBS, äh, die man da vornehmen kann und dann passt das. Aber, was jetzt einer der sehr, sehr, sehr großen Vorteile ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwas zeigen will. Keine Ahnung, ich will euch jetzt hier so einen kleinen Technik-Stream machen und jetzt mache ich diesen hier. Ja, okay, Vorführeffekt. So, halte ich die andere Hand nochmal mit dazu. Dann kann ich das jetzt hier so scharf stellen und kann euch quasi dann hier, ähm, ja, irgendwas anderes in die Kamera zeigen. Dann nehme ich das wieder weg und zack, bin ich wieder scharf, ja. Dann kann ich natürlich auch noch hergehen und kann hier, während, äh, ich streame, einfach mal diesen hier machen. Wenn ich den wollen würde. Wenn ich den wollen würde. Wenn ich das dann ganz toll finden würde, könnte ich das dann auch mal machen, ja. Ihr versteht, was ich meine? Ähm, das heißt, ich habe hier quasi einfach, äh, den Stream durch diese Kamera, äh, durch diese Kameramöglichkeiten einfach noch viel mehr unter Kontrolle, was ich einfach sehr, sehr, sehr gut finde. Und, ähm, ja, das hier ist auf jeden Fall dann mein neues Streaming-Setup. Ja, und das soll es prinzipiell hier auch mit dem Video zu meinem Streaming-Setup, ähm, gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schreibt mir mal ein bisschen was Liebes in die Kommentare. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Wie sieht euer Streaming-Setup aus? Ähm, habt ihr mir das vielleicht hier jetzt auch, äh, so nachgebaut, wie ich das jetzt hier habe? Oder habt ihr das schon bei einem anderen Streamer auch genauso gesehen und sagt, yo, das finde ich so sehr, sehr, sehr gut, genauso nutze ich das auch? Ähm, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ähm, checkt auf jeden Fall die Links in der Beschreibung aus. Dort habe ich euch den ganzen Kladderadatsch hier verlinkt, äh, zu meiner Preisvergleich-Webseite DealHeroes. Dort findet ihr halt immer den aktuell besten Preis, der der Community bekannt ist. Hat für euch den Vorteil, ihr müsst nicht mehr das ganze Internet durchforsten. Wo kriege ich denn Artikel XYZ zum besten Preis? Ähm, ganz kurz an der Stelle zur Info. So, DealHeroes ist quasi so aufgebaut, ihr, ähm, wenn ihr irgendwo einen besseren Link findet, könnt ihr es über das Kontaktformular an mich weiterleiten. Ich schaue mir das Ganze an und packe dann den Link einfach, äh, zu dem entsprechenden Produkt mit dabei. Egal, ob das jetzt Amazon, Gearbest, Banggood, AliExpress oder sonst wo ist. Ähm, ja, dann, äh, packe ich eben den Link mit dabei. Ich habe den Benefit davon, dass das natürlich alle Affiliate-Links sind. Das heißt, wenn ihr da über diese Links kauft, kriege ich eine kleine Provision, die der Shop zahlt und nicht ihr. Das heißt, ihr habt den günstigsten Preis trotzdem. Ähm, und ich habe halt eben den Benefit, wie gesagt, dass ich eine Provision bekomme. Ihr habt den günstigsten Preis. Ähm, ja, beide Seiten profitieren davon. Und, äh, ja, dort sind auch nochmal auf DealHeroes, äh, hier dieses Video ist zum Beispiel zu den einzelnen Produkten auch nochmal verlinkt. Ähm, bisschen Produktbeschreibung, bisschen Bilder, etc., pp., wie sich das halt eben gehört. Auf einer Preisvergleich-Webseite, ähm, ihr könnt auch gerne mal bei mir im Forum, im, ähm, ja, im Technikforum schimmer-media.de vorbeischauen. Ähm, und, ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, schreibt ein bisschen was Nettes in die Kommentare, Däumchen nach oben und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld. Gebt mir einen großen Support und ermöglicht es mir hier, weiterhin solche Videos für euch zu machen. Äh, schaut auch gerne mal bei Twitch oder Instagram vorbei. Dort heiße ich auch schimmer-media.de. In diesem Sinne würde ich sagen, haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal.